Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich spreche heute mit dir über eine Frage, die ganz oft gestellt wird und die du dir sicherlich auch schon öfter mal gestellt hast. Vielleicht nicht direkt, vielleicht eher indirekt, aber am Ende ist es immer wieder diese Frage. Ist es okay, als Lehrer zu kündigen? Und dabei geht es gar nicht darum, ob es jetzt falsch ist, richtig ist oder ob es ein Fehler ist, sondern okay im Sinne von, bist du gesund, mental, psychisch, seelisch gesund, wenn du als Lehrer kündigen willst? Vielleicht denkst du aber auch schon bei anderen Sachen, die du gerne machen möchtest, darüber nach, ob das okay ist, also ob die Tat als solches okay ist und ob du okay bist, gesund bist, fit bist, wenn du diese Sachen machen möchtest, wie zum Beispiel deine Stunden zu reduzieren oder einen Versetzungsantrag zu stellen oder einen Antrag zu stellen, um für ein Sabbatjahr zu sparen, dass du bei all diesen Sachen, die dazu führen, dass sich etwas in deinem Leben verändert, darüber nachdenkst, ob du okay bist, ob die Tat okay ist. Dabei weißt du, dass die einzige Konstante im Universum die Veränderung ist, wie es Heraklit so schön sagt. Und wenn du jetzt mal in deinem Kleiderschrank schaust, wirst du wohl kaum Sachen finden, die fünf Jahre, zehn, 15 oder 20 Jahre alt sind. Und falls du das tun solltest, falls du eine Hose, einen Bulli, einen Rock oder sonst was hast, was älter ist, dann wirst du diese Sachen ganz sicher nicht anziehen, weil sie dir nicht mehr gefallen oder weil du einfach aus diesen Sachen herausgewachsen bist. Denn nichts ist so beständig wie der Wandel, sagt wiederum Heraklit. Demnach bist du nicht mehr der Mensch, der du vor fünf Jahren, zehn Jahren, 15 oder 20 Jahren warst. Und vielleicht bist du noch nicht mal so, wie du gestern warst, weil du gestern etwas gelesen hast, etwas gehört hast, einen Satz, einen Gedanken, irgendwas gesehen hast, was dazu geführt hat, dass es in dir zu einem Wandel gekommen ist, sodass etwas sich in dir verwandelt hat, umgewandelt hat und verändert hat. Dementsprechend ist es doch ganz klar und logisch und auch nachvollziehbar, dass du dann auch irgendwann darüber nachdenkst, vielleicht nach fünf Jahren, vielleicht nach zehn, nach 20 oder 15 Jahren oder nach 25 Jahren, nach wie vielen Jahren auch immer, ob du noch als Lehrer arbeiten möchtest oder nicht oder ob du irgendwas anderes machen möchtest. Das hat nichts damit zu tun, ob du okay bist, ob du gesund bist, ob du fit bist, ob du mental, seelisch, sonst wie vollkommen normal bist, sondern damit zu tun, dass es vollkommen natürlich ist, dass sich Sachen verändern, umwandeln und verwandeln. Wenn du mal aus dem Fenster schaust, siehst du das ja jeden Tag, dass etwas anderes ist, dass die Natur auch sich verwandelt, dass es vollkommen natürlich ist, dass es immer wieder zu Veränderungen kommt. Jetzt, gerade im Dezember, wirst du wohl kaum mit einer kurzen Hose, Flipflops und T-Shirt rausgehen. Falls du so jetzt auf dem Weihnachtsmarkt sein solltest, dann wird es ein bisschen kalt sein und irgendwie wirst du wahrscheinlich doch keinen Spaß daran haben, so mit deinen Sommerklamotten und dann vielleicht doch eher die Gewünschen, dass du irgendwas Winterliches hättest anziehen sollen. Dass du dich im Grunde diesem Wandel der Natur, der Jahreszeiten auch anpasst. Du hältst nicht krampfhaft an deine Sommerklamotten fest und denkst, nee, auch im Winter ziehe ich jetzt diese Sachen an, weil Veränderung kommt für mich nicht in Frage, das darf jetzt nicht sein. Du gehst mit. Auch hier wieder mein Zitat von Heraklit. Alles fließt und nichts bleibt. Und das ist ja so, alles fließt und nichts bleibt. Und wenn du festhalten willst, krampfhaft an etwas festhalten willst, was nicht mehr da ist, was fließen möchte, kommt es früher oder später dazu, dass du unglücklich bist, dass du nicht zufrieden bist und vielleicht gar auch depressiv wirst oder einfach krank wirst und ernsthaft krank wirst, weil du dich einfach dagegen stellst. Wenn wir wieder bei diesem Beispiel bleiben, wenn du jetzt natürlich hier im Winter einfach deine Sommerklamotten an hast, dann ist es ja klar, dass du dann auch krank wirst. Du wirst dich erkälten oder sonstige Krankheiten bekommen, weil es einfach zu kalt ist, weil es einfach jetzt nicht mehr die Zeit ist, um mit Sommerklamotten rauszugehen. Das kannst du dann wieder tun, wenn wieder Sommer ist, wenn es wieder warm ist, wenn wieder das einfach passt, was du anhast. Und das Gleiche gilt natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen. Das wissen wir natürlich. Natürlich weißt du das. Natürlich erzähle ich dir jetzt hier nichts Neues. Ich erinnere dich nur daran, dass es so ist, dass es einfach so ist im Leben, dass sich Sachen verändern dürfen und dass sie sich auch verändern, auch wenn du ihnen die Erlaubnis dazu nicht gibst. Wenn du sagst, nein, eine Kündigung kommt für mich nicht in Frage, ich muss diesen Lehrerjob für immer toll finden oder für immer okay finden oder so finden, dass ich es überhaupt mache, dann ist es zwar okay, dass du das sagst, aber das Leben interessiert sich nicht dafür. Das Leben sagt, Wandel, Veränderung gehört dazu. Und es ist Zeit für einen Wandel. Es ist Zeit für eine Veränderung. Entweder gehst du mit oder du gehst nicht mit. Und wenn du nicht mitgehst und so festhältst und nicht loslassen kannst von diesem Wunsch der Beständigkeit, des Festhaltens, der absoluten Sicherheit und dass alles immer so bleiben soll, wie es ist, ja, dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass du nicht glücklich bist. Wenn du glücklich sein willst, musst du die Bereitschaft zur Veränderung haben. Dazu sagt Konfuzius, wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Und wenn du dich veränderst, wenn du deine Einstellung zu dir und zum Leben veränderst, dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass du irgendwann auch deine Außenwelt veränderst. Erst veränderst du dich und dann ist das, was in dir sich verwandelt hat, ist das, was dazu führt, dass du dann auch deine Außenwelt dann anders gestalten möchtest, neu gestalten möchtest. Und das ist das Natürlichste überhaupt. Denn es gehört zu der Natur, wie wir jetzt ja eben festgestellt haben, dass es nun mal so ist, dass Verwandlungen, Umwandlungen und Veränderungen letzten Endes einfach Teil des Lebens sind. Und sich dagegen zu stellen, führt nur dazu, dass du irgendwann krank bist. Und es besteht auch gar nicht der Grund zu warten, bis etwas Schlimmes passiert. Also du musst gar nicht so lange warten, bis du krank bist, bis du am Ende bist oder was auch immer ist, dass du gehst. Dass du dann diese Umwandlung oder Veränderungen, die du in dir schon trägst, dann in der Außenwelt deutlich machst. Du kannst auch gehen, wenn es am schönsten ist. Es ist nur nun mal so, dass wir Menschen erst dann ins Tun kommen, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist. Und dementsprechend ist es so, dass du, solange du noch nicht stark genug leidest, dir immer wieder diese Frage stellst, ist es denn okay, als Lehrer zu kündigen? Denn wenn du dann darunter leidest, Lehrer zu sein oder einfach diese Tätigkeit auszuführen oder aus welchen Gründen auch immer du darüber nachdenkst, gehen zu wollen, worunter du immer wieder leidest, dann führt es ja dazu, dass du dann irgendwie gehst. Und entweder gehst du dann in die Krankheitsfalle, also über Krankheit raus, oder es ist derzeit noch richtig, sodass du über die Kündigung rausgehst. Dementsprechend ist es ja so, dass du gar nicht warten brauchst, bis endlich irgendwas Schlimmes da ist. Denn du kannst auch aus etwas herausgewachsen sein, ohne dass etwas Schlimmes da ist. Dir einen Pulli oder die Hose vor 5 Jahren, 10 Jahren oder 15 Jahren ziehst du ja nicht an, nicht weil da irgendwas Schlimmes mit dieser Hose ist oder du eine schlimme Erinnerung hast, sondern einfach, weil du da herausgewachsen bist und diese Hose dir einfach nicht mehr gefällt. Und genauso kannst du auch irgendwann mal aus diesem Lehrerleben, aus diesem Schulleben herausgewachsen sein. Einfach keine Lust mehr haben auf Schultasche, Schulruf, Schulbrot, Stundenplan, Schulpause. Dass du sagst, du bist einfach nicht mehr der, der du vor 10 oder 15 Jahren warst. Die Person, die sich dazu entschlossen hatte, das zu machen. Du hast dich verändert und du bist da jetzt herausgewachsen aus diesem ganzen Schulleben, aus diesem ganzen Lehrerleben und deswegen möchtest du etwas anderes machen. Und das ist vollkommen okay. Es gibt nichts Natürlicheres als das. Und selbstverständlich gehört das dazu, wenn du dich verändern möchtest, dass du dann auch wirklich änderst. Und dieses Ändern ist natürlich auf vielen Ebenen. Es bedeutet einmal, dass du dich selbst auch änderst, aber auch viele Sachen, die in der Außenwelt sind, die auch vielleicht deine Familie oder wer auch immer noch davon betroffen ist, dann natürlich mitnimmt. Dennoch ist das Festhalten oder sich dagegenzustellen, gegen diese Veränderung, die nun mal Teil des Lebens ist, keine Lösung. Zumindest keine, die dich langfristig glücklich machen wird. Und eines darfst du hier nicht vergessen. Wir bereuen immer all die Sachen, die wir nicht getan haben. So, bevor ich mich von dir verabschiede, möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben. Stell dir mal vor, dein Leben sei ein Kunstwerk und du ein Künstler, der leidenschaftlich daran arbeitet, dieses Leben, dein Kunstwerk zu gestalten. Und dann ist es doch so, dass dein Ziel dabei ist, dieses Kunstwerk, also dein Leben, durch deine Lebensweise, durch das, was du tust, das, was du machst, dahingehend zu formeln, dass es ein umfassend schönes, wunderschönes, fabelhaftes und großartiges Leben ist. Und genau dabei wünsche ich dir viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören oder wenn wir uns auf einem der Videos auf YouTube sehen oder auf einem der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns und hören uns. Bis dahin. Ciao. Ciao.